Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Partierer. Die 5 Euro Überraschungsshow, da ist bei uns auch im Studio immer Party angesagt. Denn wir können es immer kaum abwarten. Für uns ist das Ganze nämlich auch eine Überraschung. Tolle, tolle Produkte, nur wissen wir selbst noch nichts, was sich in den Kartons befindet. Was wir wissen ist, dass jedes Produkt in lediglich 5 Euro kostet. Das ist schon ein richtiger Wahnsinn, oder Ralf? Ja, das ist ein richtiges Schnäppchen. Aus allen Bereichen können sie sein. Spielzeug hatten wir schon lange nicht mehr. Also Spielzeug würde ich mich auch mal wieder drüber freuen. Aber Deko, Elemente, Elektronik. Lassen wir uns überraschen, was heute auf uns zukommt. Wir wissen nur, 6 Produkte sind es. Und möchtest du den Barser drücken? Dann kommt nämlich Diana und bringt uns unser erstes Produkt. Dankeschön, Diana. Dankeschön. Und, nee, das kann jetzt, du musst jetzt irgendwie ein Fehler vorliegen, wird. Ich behaupten. Ja, ich glaube auch. Weißt du, was das ist? Das ist so ein... Ja, ja, also ich, pass auf, ich habe die ja zu Hause, ne? Ich liebe ja solche Espresso-Kännchen. Aber ich bin jetzt gerade am überlegen, weil ich habe dafür 40 Euro bezahlt. Ja, das ist auch so ein ganz regulärer Preis. Hier haben wir einen Espresso-Maker. Also hier kommt das Kaffeepulver rein, Wasser unten rein. Und dann wird das auf den Herd gestellt und dann habe ich hier oben richtig feinen Kaffee. Türken machen übrigens auch Kaffee gerne so. Ja, also türkischen Kaffee. Nicht nur die Türken, ich auch. Also ich trinke meinen Kaffee so jeden Tag. Also ich habe meinen ersten, ich sage immer türkischen Kaffee dazu, weil ich meinen ersten Kaffee aus einem solchen Behältnis in einem türkischen Kaffee bekommen habe. Ja, aber das ist klasse. Und jetzt 5 Euro. Oh, wir hören gerade, natürlich. Hätte ich mir jetzt auch nicht anders vorstellen können. Begrenzt auf 1 pro Besteller. Aber das ist ja klasse. Kunststoffgriff, damit ich mir die Finger nicht verbrenne. Auch der Deckel mit Kunststoff oben. Und jetzt kann ich eben diesen wirklich leckeren Kaffee machen in Minuten schneller. Also haben Sie schon mal so einen Kaffee probiert? Das geht super schnell. Für 5 Euro. Probieren Sie es mal aus. Also die Handhabung unglaublich einfach. Am Anfang schraubt man das hier ab. Hier kommt der Kaffee rein. Hier den Kaffee, den Sie möchten. Unten Wasser rein. Jetzt wieder zusammenbauen, zusammenschrauben und jetzt einfach die Herdplatte anmachen und draufstellen. Und jetzt fängt irgendwann das Wasser unten an zu kochen. Geht nach oben und geht oben wieder raus. Vorher natürlich durch Ihr Espresso oder Kaffeepulver durch. Und dann nimmst du ihn einfach vom Herd und schenkst ein. Und dann ist das ein ganz, ganz außergewöhnlicher Kaffeegenuss. Also für mich ist das der beste Kaffee, den man überhaupt trinken kann. Also nichts mit diesen ganzen Kapselautomaten. Mir schmeckt der ja am besten. Und das Schöne ist, den kannst du wirklich, egal was man für einen Herd hat, ob das jetzt ein Gasherd ist, ein Elektroherd, ein Ceranfeld. Es gibt ja auch diese kleinen Campingkocher. Auch da funktioniert das wunderbar. Auch für Camping natürlich bestens geeignet. Aber für mich spielt das wirklich eine große Rolle, dass der Geschmack einfach wirklich, das ist ein Erlebnis. Also wer sich mit gutem Kaffee auskennt, der weiß, aus so einem Espressokocher schmeckt es einfach am besten. Und es ist so schnell zubereitet. Weißt du, bis du eine Maschine anschmeißt, wie lange das dauert. Aber weißt du, was hier auch der Riesenvorteil ist? Du kannst die Stärke deines Espressos oder Kaffees selbst bestimmen. Wenn du diese Pads nimmst, hast du ja immer eine gewisse Grammzahl. Das heißt, die Kaffee sind immer gleich stark. Hier kannst du mit Wassermenge und Kaffeepulvermenge die Stärke selber bestimmen. Und es ist einfach ein einmaliges Aroma. Was ich auch liebe, ist der Duft. Weil hier geht der ganze Kaffee-Duft, den man von früher noch kannte, diesen Kaffee-Duft, der geht hier wirklich durch die ganze Wohnung. Das ist toll. 5 Euro jetzt statt. 29,90 Euro der unverbindlichen Preisempfehlung. Aber nochmal, einen pro Besteller. Der ist auch wunderschön. Ich denke mal, das ist Aluminium, oder? Ja, das ist Aluminium, genau. Das ist Aluminium gefertigt hier. Und da schreibt übrigens auch der Stefan F., tolles, kleines Helferlein, das man auch ruhig mal mit etwas weniger Kaffeepulver verwenden kann, wenn man nicht allzu starken Kaffee genießen möchte. Siehst du, genau das meine ich auch. Du kannst eben auch mal einen dünneren Kaffee oder auch mal, wenn ich so einen richtigen Hallo-Wach-Kaffee mal richtig stark machen. Das kannst du auch. Übrigens 6 Tassen kommen hier raus. 6 Espressotassen auf einmal, wenn ich ihn ganz voll fülle. Also das ist ja wirklich traumhaft. Dass wir sowas mal für 5 Euro anbieten können, hätte ich nicht gedacht. Übrigens mein kleines Espressokännchen, was ich mir damals für 40 Euro gekauft habe, das ist nur für 2 Tassen. Hier jetzt für 5 Euro für 6 Tassen. Ich könnte mich jetzt noch schwarz ärgern. Schade. Naja, ich kann mir noch einen zweiten kaufen, nicht? Ich pendle einmal zwischen Berlin und Freiburg, da ist es wunderbar, den kaufe ich mir. Übrigens den Kaffee nicht festdrücken. Habe ich gelernt von einer Rösterei, dass man den Kaffee nicht festdrückt. Also nicht drücken, sondern nur leicht glatt streichen. Das wollen wir machen. Aber nicht drücken. Nicht pressen. Und so sieht es dann aus. Natürlich den Deckel zulassen. Dann geht es nämlich schneller. Dann spart man auch noch jede Menge Energie. Und das ist ja auch schön. Da bleibt auch schön lang warm da drin. Also richtig klasse fängt an. Steigerung wird schwer. Aber wir schauen mal, was als nächstes mit drin ist. Also eine Espressomaschine für 5 Euro. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt gucken wir. Oh, du kriegst gleich mal große Augen. Nee, nee, nee. Das ist kein Fehler, weil wir hatten die schon mal vor ein paar Monaten. Also das ist jetzt, glaube ich, richtig. Aber es ist der Wahnsinn. Damals haben sie uns sofort leer gekauft. Das ist eine VR-Brille, also eine Virtual Reality-Brille, wie sie von den Kids heutzutage gerne verwendet wird. Smartphone dazu. Das ist natürlich nicht im Lieferumfang enthalten. Aber das Smartphone kommt einfach hier rein, in dieses Schubfach. Und jetzt mit dem richtigen Programm kann ich hier jetzt 3D-Videos anschauen. Und zwar in einer wirklich virtuellen Welt, die einem dann fast echt erscheint. Und zwar ringsherum. 360 Grad. Diese Videos sind so konzipiert, dass die auf Kopfbewegungen reagieren mit ihrem Smartphone zusammen. Und jetzt kannst du nach oben, nach unten schauen, den Himmel anschauen, eben nach links, nach rechts. Es werden, je nach dem Video, welches Video wir anschauen, Figuren auf dich zukommen. Es gibt auch 3D-Spiele, die man hier machen kann. Aber sowas jetzt für 5 Euro. Guck mal, im Katalog schon sehr, sehr günstig. 9,90 Euro. Aber ich habe hier auch einen Kundenbeitrag. Und zwar von Felix M. aus Fuldatal. Das Produkt ist einwandfrei für diesen Preis. Da gibt es nichts zu meckern. Beide Kinder konnten wir glücklich machen. Mein Ältester hat sich noch eine Fernbedienung dafür gekauft. Also kurz gesagt, für das wenige Geld einfach spitze. Und der hat es für 9,90 Euro gekauft. Das war uns für 5 Euro. Weil wir haben ja heute nochmal halbiert in der 5-Euro-Überraschungsshow. Hier bitte drauf achten. Das ist, das Angebot gilt natürlich nur, solange unser Sonderposten reicht. Oder maximal bis zwei Stunden nach der Sendung. Übrigens für jede Kopfgrüße geeignet. Weil die Kopfgurte, die kann man hier verstellen. Also individuell auf deine Kopfgröße einstellen. Und also ich finde das klasse. Und ich muss sagen, ich habe ja am Anfang gesagt, bei diesen VR-Brillen, das hast du auch mal von mir gehört. Ich bin da zu alt dafür. Ja, das hast du gesagt. Ich habe mich aber eines Besseren belehren lassen. Weil das ist eine ganz neue Welt. Eintauchen in eine neue Welt. Ich habe da mal also virtuell einen Grand Canyon-Rundflug gemacht. Und allein das war Faszination pur. Übrigens gibt es auch hier bei uns im Europapark eine Achterbahn. Da bekommst du genau solche VR-Brillen aufgesetzt. Und dann fährst du eine Achterbahn, während du eine virtuelle Achterbahn siehst. Das ist auch phänomenal. Also wer mal im Europapark ist, das unbedingt ausprobieren. Aber man kann es eben auch zu Hause hier mal ausprobieren. Diese virtuelle 360-Grad-3D-Welt. Und ich finde das toll, dass wir das jetzt mal für 5 Euro anbieten können. Weil da kann es jeder mal ausprobieren. Also für 5 Euro, das ist ja ein Knaller. Das ist ja ein Wahnsinn, liebe Zuschauer. Die kosten normalerweise richtig viel Geld. Schauen Sie mal, in der Augsburger Allgemeinen haben sie die auch vorgestellt. Und die ist wirklich ganz, ganz komfortabel gemacht. Auch hier super weich. Sehen Sie ja von der Polsterung. Also wenn Sie da mal was Längeres mitspielen. Ja, es gibt da ja auch verschiedenste Lernprogramme für die Kleinsten. Das ist ja wirklich was für jeden. Also ob du da jetzt Konzerte anschaust. Oder eben so Lernprogramme. Das sind wirklich Welten. Das ist faszinierend, wie man das Auge auch täuschen kann. Und jetzt noch ein Hinweis an unsere älteren Zuschauer, die es genauso denken, wie ich gedacht habe. Das ist nichts für mich. Bestellen Sie sich die Brille. Und dann lassen Sie es sich von Ihren Kindern oder Enkeln zeigen. Und Sie werden fasziniert sein. Und Ihre Eltern werden oder Ihre Enkel werden dann sagen, oh, habe ich eine coole Omi oder einen coolen Opa. Ja, weil das ist hiermit möglich. Aber glauben Sie mir, Sie werden genauso fasziniert sein wie ich. Ich werde nie mehr sagen, ich bin zu alt für sowas. Nein, da ist man nie zu alt, weil das ist Eintauchen in eine ganz neue Welt. Also ich vergleiche das früher. So ein ähnliches Aha-Erlebnis hatte ich. Und jetzt kriegt man mal mit. Jetzt bekommt man mal mit, wie alt ich bin. Als wir unseren vom Schwarz-Weiß-Fernseher auf den Farbfernseher umgestellt haben. Das war ein ganz neues Aha-Erlebnis, wenn du plötzlich alles in Farbe siehst. Und so war das jetzt auch, als ich zum ersten Mal diese VR-Brille auf hatte. Also eine ganz neue Art von Sehen, von Fernsehschauen im Prinzip, von Filmen schauen, von Erleben einfach. Müssen Sie mal ausprobieren. Das wird auch die Zukunft sein. Also wir machen da ja wirklich riesen, riesen Fortschritte. Und es macht natürlich auch Spaß, diese Fortschritte mitzuerleben. Und das für 5 Euro. Hier mit unserer VR-Brille. Ja, einfach das Smartphone, was Sie eben haben, kommt da rein. Dann laden Sie sich so eine App runter, beziehungsweise die passenden Programme dafür. Und für 5 Euro, Sie sehen es ja selbst, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers sieht bei 40 Euro. Und die gibt es ja normalerweise sogar noch teurer. Da ist es für 40 Euro schon. Ja, nach oben gibt es überhaupt keine Grenzen. Die Bestellnummer ist die ZX 1588 und die 569. Der Preis jetzt eben nur heute in der 5 Euro-Überraschungs-Show 5 Euro. Also es ging trotzdem super weiter. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Ja. Aber das sind ja wieder Hammer-Produkte. Erst den Espresso-Macher und dann natürlich jetzt diese VR-Brille. Ralf, geht es nicht schnell genug. Ralf, schnell den Wasser weg. Das ist so, das habe ich Ihnen weggestellt, ja. Das ist so faszinierend. Also ich kann es kaum erwarten. Das ist jetzt auch was Wichtiges. Das ist wichtig, ja. Also das kennen wir ja alle, das Problem mit dem Plagegeistern. Mücken und andere Insekten, die eben einen dem Schlaf rauben. Das kennen Sie bestimmt, ne? Und die sind ja richtig intelligent. Wenn du da... Oh, Preisalarm! Das heißt, noch mal günstiger. Also jetzt kostet hier so ein Insektenfrei gerade mal 3 Euro. Sie sehen, das Preisalarm kann immer passieren. Haben wir noch mal reduziert. Du wirst lachen. Ich habe gestern Abend einen Bericht gesehen über die Mückenplage in Deutschland. Im Berliner Raum, Brandenburg, ganz, ganz schlimm. Weil es ja so doll regnet, ne? Weil es optimale Bedingungen sind. Es ist warm bis heiß und sehr, sehr feucht. Und da werden sie teilweise gefressen, ja. Und hier kannst du dir eben das Zuhause weghalten. Du machst einfach so ein Duftblättchen rein, steckst den Stecker in die Steckdose. Und durch diesen Wirkstoff werden die vertrieben. Also keine Stechmücken mehr im Schlafzimmer oder auch im Kinderzimmer. Ja, und hier übrigens intensive 20 dieser Wirkstoffblättchen, die hier auch sehr, sehr lange halten. Und ich glaube, das ist so eine Art wieder effektiv, sich diese Plagegeister vom Hals zu halten. Das muss man auch machen. Viele sprühen irgendwelche Sprays rum. Das heißt aber allein für so ein Spray viel mehr Geld noch. Und das ist ja auch zu glär. Naja, du hast es direkt auf der Haut. Ich bin ja immer kein Freund davon, gerade bei so kleinen Kindern. Also weißt du jetzt nicht, wenn die sich dann mit den Fingerchen wieder in den Mund gehen. Das ist ja nicht so ideal. Also schauen Sie mal, hier kommen die Plättchen dann rein. Hier haben wir gerade einen reingelegt. Und das ist so toll. Das ist natürlich auch wichtig. Wenn man dann wirklich am nächsten Tag arbeiten muss oder zur Schule muss, man kennt das. Man ist die ganze Nacht dann munter, weil man damit beschäftigt ist, die Insekten bzw. die Mücke zu suchen. Da schaltet man das Licht ein. Die sind ja intelligent. Die verstecken sich dann. Und sobald man sich wieder hingelegt hat und das Licht ausgeschaltet hat, geht es dann wieder los. So ist das doch. Richtig. Und dann bei Kindern ist es noch ganz schlimm. Die kratzen sich dann oftmals wund. Hier übrigens... Wie nur Kinder. Ich mache das auch immer. Okay. Hier übrigens ein Euro-Stecker. Das heißt, ich kann das auch mitnehmen in Urlaub. Ja. Ist einsetzbar von 110 bis 250 Volt. Also überall in Europa im Prinzip nutzbar. Und jetzt kann ich eben auch im Urlaub im Modellzimmer mal die kleinen Plagegeister vertreiben oder auch in einer Ferienwohnung. Oder wenn ich irgendwo zu Besuch bin, nehme ich mir das einfach mit und stecke es in die Steckdose. Preisalarm. Das heißt, es kostet jetzt gerade mal drei Euro. Oh, drei Euro, liebe Zuschauer. Empfehle ich Ihnen übrigens gleich mehrere zu bestellen. Ja, für jeden Raum, dass Sie den da ausstatten. Ich meine, das ist so wichtig. Und gerade jetzt, wo es so viel regnet, das ist für Mücken ein Paradies. Das kann ich Ihnen sagen. Wärme, Regen, Wärme, Regen. Also da hat man wirklich eine richtige Mückenplage. Und auch mich haben Sie total zerstochen an den Beinen und überall. Da wusste ich aber noch nicht, dass wir das jetzt hier haben. Also ich bin ja immer kein Freund von diesen Sprays, die es in der Apotheke gibt. Die sind doch ziemlich teuer, ne? Hast du da mal auf die Preise geschaut? Du, ich stehe nicht auf so Sprays. Deshalb weiß ich jetzt nicht, was die kosten. Kann ich jetzt aber... 10 Euro kosten die. Also teurer als 3 Euro auf jeden Fall. Hier aber jetzt im Preisalarm in der 5-Euro-Überraschung schon noch mal reduziert auf 3 Euro. Natürlich auch wieder begrenzte Stückzahlen und maximal 2 Stunden gültig. Die Bestellnummer ist die PV 78,59 und die 5,69. Der Preis ausnahmsweise 3 Euro. Übrigens dürfen Sie hier auch bis zu 5 Stück bestellen. Zerstören Sie, das würde ich auch an Ihrer Stelle machen. Schlagen Sie dazu. Gerade jetzt bei 3 Euro, ein fantastisches Produkt. Und wir schlagen auch zu, aber unseren Wasser. Jetzt war ich zu früh. Aber Diana steht schon bereit. Diana steht bereit. Diana steht bereit. Wunderbar. Und wir haben das nächste Produkt. Jetzt bin ich gespannt. Wie geht's weiter? Oh, die mag ich auch total gerne. Oh, das sind hier heute wieder Produkte. Das sind Stereo-Aktiv-Lautsprecher im Würfel-Design mit einem USB-Stromanschluss mit 8 Watt Stärke. Das ist also klasse. Guck mal, hier können wir jetzt, normalerweise kennen wir das natürlich vom Rechner. Du hast USB und du hast Klinke. Da gehst du mit beiden in den Rechner. Aber hier haben wir jetzt mal eine andere Variante, nämlich zum Beispiel mit dem Smartphone. Jetzt brauchen wir nur noch Strom, weil das sind ja Aktivboxen. Holen wir uns über eine Powerbank. Das ist auch mal eine interessante Idee. Jetzt müssen wir nur die Musik abspielen auf dem Smartphone. Was ist das für eins? Das Smartphone will nichts mehr machen. Aber das Schöne ist ja, bei den Smartphone-Boxen, die sind ja immer relativ schwach. Und wenn ich jetzt hier diese kleinen Würfel an mein Smartphone direkt anschließe, dann kommt da ein Hammerklang heraus. Nicht nur Smartphone funktioniert übrigens auch super für Tablet-PCs oder Notebooks. Auch das ist gar kein Problem. Hilft mir mal die Musik suchen, weil ich habe meine Brille nicht auf. Da ist sie, okay. Siehst du, ich habe die Brille nicht auf. Ich habe es nicht gesehen, aber geht jetzt wieder. Mit der Musik haben wir keine drauf. Oh, das ist ärgerlich. Naja, also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ah, es fehlt sich ein. Okay, so jetzt nicht testen. Ne, lass mal laufen. So, was nehmen wir denn mal? Aber schön ist hier, diese kleinen Lautsprecher haben 8 Watt Spitzenleistung. Das kannst du jetzt also auch am Laptop oder am PC benutzen. Wir haben auch eine Lautstärkeregelung direkt an der Box. Und jetzt funktioniert es auch. Wir haben Musik gefunden, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Aber 8 Watt, das ist richtig stark. Jetzt hier, das ist natürlich was mit Powerbank und Smartphone. Kein Problem. Ich würde es jetzt aber natürlich empfehlen für, entweder auf dem Schreibtisch, am Desktop-Rechner. Genau. Oder zum Laptop dazu, dass ich statt den kleinen Stereo-Boxen nochmal wirklich hier starke Unterstützung bekomme. Würde aber genauso vom Tablet gehen, also wo Sie es anschließen, alles mit einem Kopfhörer-Angang. Kann man es machen. Ich stecke nochmal aus, um den Unterschied zu hören. Pass mal auf, also so jetzt wäre das nur mit dem Handy. Das hörst du fast gar nicht. Weil ich mache ein bisschen lauter. Aber der Ton ist schlecht. So und jetzt Achtung mit Würfel. Jetzt hast du auch wieder maximale Lautstärke. Jetzt kriegen wir hier noch ein bisschen mehr. Wow. Warte, wir müssen es noch lauter machen. Müsste gleich wieder kommen. Also auf jeden Fall haben Sie es vorhin schon gehört. Ich glaube, du hast den Stecker nicht richtig drin. Jetzt bin ich gerade ein bisschen erschrocken. Das ist ja Wahnsinn. Hier müssen wir noch ein bisschen lauter machen. Fünf Euro. Oh und Indiana Jones ist das hier. Wahnsinn. Wahnsinn. Also solche hier im Würfel-Design, also Cube-Design für fünf Euro. Für Tablets, für von mir aus auch MP3-Player kann ich ja einspielen. Und alles. Ohne Probleme. Dann natürlich immer in der Verbindung mit einer Powerbank. Aber am Rechner, also am Desktop-Rechner oder am Laptop brauche ich das nicht. Da gehe ich einfach in den USB-Eingang und in den Sound-Eingang, also Kopfhörer-Eingang. Und dann habe ich das Ausgang. Also Ausgang, Entschuldigung. Und dann habe ich hier diesen tollen Sound. Also der Clown fasziniert mich wirklich. Weil es sind hier eigentlich nur kleine Würfel. Da denkt man ja, na gut, der Klang ist mir eher so, hm. Aber das ist schon ordentlich, was hier rauskommt. Kann man die auch mal schön mitnehmen. An Wackersee oder so. Mit der Powerbank ist das ja kein Problem. Natürlich. So, jetzt habe ich hier auch noch einen guten Beitrag von Manuel Fee aus Nausis. Und zwar, dieses Produkt funktioniert einwandfrei. Es hat einen sehr guten Klang. Die Anwendung ist denkbar leicht. Kann ich jedem empfehlen. Für Notebook, auch für Computer. Für wer wenig Platz zur Verfügung hat. Das stimmt, wenig Platz nehmen die auch weg. Sehen dann schick aus auf dem Schreibtisch. So links und rechts vom Monitor kann ich mir das gut vorstellen. Guck mal, die sind nicht größer als die Powerbank zusammen hier. Schau, die sind wirklich ganz klein. Richtig. Und trotzdem so leistungsstark mit 8 Watt. Also da auch gar nicht lange überlegen. Unverbindliche Preisempfehlung, 19,90 Euro. Bei uns im Katalog schon für die Hälfte. Und jetzt noch mal die Hälfte. Also insgesamt 75% reduziert jetzt, weil sie die 5 Euro Überraschungsshow erscheint. Die Bestellnummer ist die PX3639. Und die 569, der Preis gerade mal 5 Euro. Das ist so wichtig auch. Ich finde, man guckt ja ab und zu mal so Videos an auf dem Rechner. Oder mal ein Filmchen. Oder spielt ein Spielchen. Und da gehört auch der richtige Kleid dazu. Ja, das macht auch viel mehr Spaß. Na klar, gerade so auf YouTube. Oder wie du sagst, auch mal Spiele spielen. Oder vielleicht haben sie auch ein Video geschickt bekommen von den Kindern. Von den Enkelkindern, was man sich mal anschauen will. Also das ist schon fantastisch. Ich meine, für 5 Euro machst du nichts falsch. PX3639 und die 569. Für unsere kleinen Stereoaktiv-Lautsprecher. Schick auch in diese Würfelform. Ja, das ist schon richtig cool gemacht. Komm, wir machen weiter. Mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben ja heute richtige Highlights. Da werden die Telefone wahrscheinlich wieder heiß laufen, wenn sie Probleme haben beim Durchkommen. Einfach ein bisschen Geduld haben. Oder auch parallel übers Internet bestellen. Über www.pearl.tv. Jetzt haben wir auch wieder was. Jetzt geht es gleich weiter mit dem Heißklingeln. Weil wir haben hier Hornhautentferner. Ich habe neulich mal Fernsehwerbung gesehen von einer anderen Firma. Aber genau das gleiche Produkt sah genau so aus. Hatte genau die gleiche Funktionsweise. Und da wird in der Werbung niemals ein Preis genannt. Und dann habe ich mich da mal informiert im Internet. Und dann wollten die dafür 39,90 Euro. Ach, ich höre auch. Optisch für mich das gleiche, Funktionsweise auch das gleiche. Und wir haben es eben jetzt für 5 Euro. Ein Hornhautentferner natürlich nicht nur für die Hände, sondern auch für die Füße. Ich wollte jetzt meine Füße nicht auf den Tisch legen, deswegen habe ich die Hand genommen. Mit zwei Aufsätzen. Also hier das Dunkle ist das etwas grobere. Und das können wir ganz einfach wechseln in das Feinere. Das ist jetzt blau hier. Einfach schauen, wo das Getriebe ist. Also richtig rum draufsetzen. Jetzt und schon läuft es. Und jetzt eben schmeichelzarte Beine, schmeichelzarte Arme, Fände. Hier in diesem Fall. Und das ist so schmerzfrei und einfach. Und gerade jetzt im Sommer, wenn du offene Schuhe an hast, sieht Hornhaut einfach an den Füßen etwas suboptimal aus. Hiermit kannst du es wirklich unglaublich effektiv bekämpfen. Wir sind auch noch batteriebetrieben. Das heißt unabhängig. Ich kann das sogar mitnehmen und irgendwo mal machen, wann ich will. Und ich finde, das ist ein tolles, tolles Gerät. Vielleicht haben Sie es auch schon mal in der Drogerie gesehen. Da hängen die oft in so richtig schön verschweißt und mit ganz bunten Farben und alles Mögliche in Kassennähe. Und da habe ich es auch schon mal gesehen für auch so um die, ich glaube, 29,90. Die kosten richtig viel. Das stimmt. Also weil man bekommt hier auch sehr, sehr schnell die Hornhaut weg. Normalerweise gibt es ja diese Raspeln, da muss man dann von der Hand aus. Aber das braucht man schon ganz schön Kraft. Ja, dafür kann man sich ja richtig böse verletzen. Und hier habe ich einen Knopf, den drücke ich. So, und wenn ich jetzt ein bisschen weniger Hornhaut habe, dann ist hier dieser blaue Aufsatz ideal. Wenn es aber ein bisschen stärker ist, nehme ich den einfach, schauen Sie, drücke ich hier an der Seite, drücke ich drauf, nehme den runter. So, und nehme den nächsten Aufsatz und setze den einfach nur hier drauf. Erst den schwarzen, das ist grob, also der ist grobkörniger. Und dann mit dem blauen praktisch nochmal nachpolieren, dann wird es ganz, ganz fein. Dann natürlich noch eine Creme drüber, dann ist es perfekt. Und zum Reinigen einfach unter fließend Wasser, beziehungsweise mit diesem Reinigungspinsel, damit auch der Nächste noch hier was machen kann, es bearbeiten kann. Jetzt ist es natürlich ein Hygieneprodukt. Das ist ja schön in der Hand. Das muss man sagen. Also wenn Sie jetzt zwei, drei haben in der Familie, die das benutzen wollen, vielleicht für jeden ein eigenes bestellen. Weil es ist ja auch kein Problem, weil wir zahlen jetzt nicht pro Stück 29,90, sondern pro Stück 5 Euro. Und das ist ein richtig sanftes Entfernen. Kann man auch mal schön für die Ellenbogen nehmen. Auch Ellenbogen, ja, aber auch die Handflächen, gerade wenn man von der Gartenarbeit so leichte Spielen hat. Oder auch wenn man auf dem Bau arbeitet, Bauarbeiter kennen das alle. Man hat dann einfach von Haut, die kann ich hier ganz, ganz effektiv und sanft entfernen. Dann einfach noch eine Handcreme drüber, die kriegen Sie von Ihrer Frau, meine Herren. Und dann haben Sie wieder zarte Hände und noch ein kleines Geheimnis an die Herren. Das dürfte kein Geheimnis sein, aber Frauen stehen auf zarte Hände. Boah, total. Also ja, Frauen, das ist wirklich so das Erste, also ich schaue immer zuerst auf die Hände. Die müssen gepflegt sein, die müssen weich sein, die müssen sich schön anfühlen. Und wenn dann, wenn man dann hier so wirklich so Hornhaut hat, das ist schon wichtig, dass man das auch weg macht. Ich mag das auch nicht, wenn du einem Mann die Hände schüttelst, also so guten Tag sagst und der hat so eine Riesenhornhaut. Das ist so unangenehm. Also ich finde, man sollte ein bisschen darauf achten. Und hier kann man es schmerzfrei und einfach und für wenig Geld entfernen. Also das heißt einfach sofort zuschlagen. Ja, anfangs, das kannst du auch immer mitnehmen. Also gerade jetzt im Urlaub, wenn man viel Flipflops vielleicht auch trägt, nimmt man den schnell mit, kann den schnell wechseln. Und den kann man ja auch wunderbar hier unter Wasser reinigen, also das macht gar nichts. Oder dann, wenn schon ein bisschen mehr Haut hängen geblieben ist, dann auch so ein bisschen mit der Bürste des Abheiben gar kein Problem. Es besteht wirklich keinerlei Verletzungsgefahr. Weil lass mal laufen und drück mal stark auf deine Hand, richtig stark drauf, mach rück mal. Siehst du, das ist eine Sicherheitsbremse. Also gar keine Angst, da kann gar nichts passieren. Sobald ich zu stark drücke, bremst der. Also da bin ich immer sanft unterwegs und gehe wirklich nur an die Hornhaut, die auch weg soll. Die Bestellnummer ist die NX 7382 und die 569. Der Preis, wir sind hier in der 5-Euro-Überraschungsshow, 5 Euro. Und jetzt an die Familienmitglieder denken, dass nicht alle mit einem Hornhautentferner arbeiten sollen. Ich glaube, bei dem Preis können wir für jeden einen eigenen holen. 5 Euro, bis zu 5 Stück dürfen sie auch hier bestellen. Und eine Fußpflege kostet viel, viel mehr, wenn man zur Fußpflegerin geht, ne? Da bin ich mir auch sicher. Ich war noch nie, aber ich bin mir da sicher. So, wiederholen wir das nächste Produkt und schauen mal. Oh, Diana, es ist warm. Diana, es ist warm. Das wird ja auch wieder wärmer, hast du es gelesen? Der Sommer soll nächste Woche so sein. Richtig, na endlich, ich würde ja auch mal zeigen. Oh, noch so ein Top-Produkt, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass wir das hier noch raushauen dürfen für 5 Euro. Eine modische Herrenarmbanduhr in Rosé-Gold gehalten, also farblich schwarzes Zifferblatt und ein Echtleder-Armband. Jetzt müssen wir das nochmal zusammenfassen. Also wir haben ein Vollmetallgehäuse. Ja, und normale, also wir hatten die schon mal, da hieß es da, war es begrenzt auf ein Stück pro Besteller. Ja, so kenne ich das auch. Jetzt haben wir gerade aber gesagt, kriegt ausnahmsweise heute dürfen auch 5 Stück davon bestellt werden. Also das ist der Hammer. Erstmal, dass man eine bestellen könnte, wäre schon super. Aber heute ausnahmsweise, und das gilt nur heute, 5 Stück für jeweils 5 Euro. Jetzt guck mal, seitlich, das ist ein Vollmetallgehäuse. Wenn wir auf die Rückseite schauen, Edelstahl, das heißt auch absolut für Allergiker geeignet. Aber was ich hier schön finde, ist dieses topmodische Farbdesign. Passt auch mal wirklich zum sportlichen Outfit, zum Jeans-Outfit. Wir sehen hier rosé-golde Zeiger, rosé-goldes Gehäuse, innen schwarzes Ziffernblatt, Grono-Augen-Look und dann natürlich noch das Echtleder-Armband. Das ist hier also absolut noch die Krönung. Wenn du mal schaust, was so ein Echtleder-Armband, wenn du das als Ersatzarmband kaufst, kostet, da zahlst du schon mehr als 5 Euro. Hier ist diese schicke Uhr noch dabei. Also das ist richtig klasse. Aber jetzt könnte es auch ganz schnell ausverkauft sein, weil wir jetzt eben 5 Euro-Besteller bestellen dürfen. Deshalb hier überhaupt nicht zögern. Sofort ran ans Film. Das ist gut möglich. Ich meine, bei dem Preis, da hat man auch mal jetzt wohl sie 5 bestellen dürfen. Dann bestellen sie eine Uhr für sich selbst und vielleicht die restlichen noch zum Verschenken. Ich finde so eine schicke Uhr, wenn mal einen Geburtstag ansteht oder einen Anlass, die kann man ja immer mal wunderbar verschenken, oder? Von dieser schicke Uhr. Echt Leder-Armband. Das ist was ganz Besonderes. Riecht man übrigens auch, dass es echtes Leder ist. Und das für 5 Euro? Also das erstaunt mich jetzt. Und wir haben ein hochwertiges Uhrwerk, nämlich ein japanisches Qualitätsquarz-Uhrwerk für hohe Ganggenauigkeit. Und Spritzwasser geschützt bis 3 Atmosphären ist es auch noch. Das heißt, Händewaschen oder Geschirr waschen mit der Uhr am Angelenk ist hier kein Problem. Also das ist mal eine Uhr, die gefällt. Sie sehen diesen Krono-Augen-Look. Und gerade auch, wenn du gerne schöne Uhren trägst und auch schöne teure Uhren hast. Es gibt immer Momente, wo man sagt, oh nee, heute ist mir zu gefährlich, mal eine teure Uhr anzuziehen. Hier hast du eine schicke Uhr, die wenig Geld kostet. Und wenn die jetzt mal kaputt gehen sollte, ist es auch schlimm. Aber nicht ganz so schlimm, wie wenn eine 200, 300, 400 Euro Uhr kaputt geht. Hast du dann auch vier auf Vorrat, wenn man fünfmal zuschlägt. Ja, richtig, wenn man es fünfmal zuschlägt. Und gerade auch, ich habe es vorhin von den Leuten auf dem Bau gehabt, aber ich kenne viele, die immer auf der Baustelle arbeiten, gerne eine Uhr tragen. Aber dann kommt eben mal der Betonpfeiler in den Weg. Und dann ist die Uhr kaputt. Und wenn das eine teure Uhr ist, ist es richtig ärgerlich. Hier kann ich wirklich sagen, okay, nicht ganz so schlimm, weil ich habe ja noch ein paar in Reserve von diesen wunderschönen Kuren. Aber guck dir die mal an. Die will man wirklich immer anfassen. Das ist ganz weiches Leder. Auch eine schöne Farbe. Roségold liegt dieses Jahr nämlich voll im Trend. Das sieht man überall. Ja, Ketten und Ringe. Eine ganz besondere Uhr. Auch hier schauen Sie doch mal, wirklich ganz hochwertig verarbeitet. Hier schön genäht, nichts geklebt, nichts geschweißt. Das ist ganz hochwertig alles hier gemacht. Hier verschraubt. Also das ist schon ein Knaller, dass wir Ihnen das hier anbieten dürfen. Übrigens, ich drehe es gerne noch mal. Das ist eine echte St. Leonhard. Und wichtig, das ist hier Edelstahl, also auch für Allergiker geeignet. Die Bestellnummer ist die NC 5813. Und die 569, der Preis gerade mal 5 Euro. Schau mal, unverbindliche Preisempfehlung liegt beim Fünffachen. 24,90 Euro. Bei uns im Katalog weit über dem Doppelten mit 11,90 Euro. Aber wir sind eben in der 5-Euro-Überraschungs-Show. Also ran ans Telefon. Holen Sie sich diese Produkte. Wenn ich bedenke, was wir heute alles drin haben, den Coffee-Maker oder Espresso-Macher. Bis hin zur schicken Armbanduhr. Das ist also wirklich toll. Und solche Schnäppchen kann man eben nur in der 5-Euro-Überraschungs-Show bei TV machen. Haben Sie ein Glück, dass Sie jetzt hier eingeschaltet haben. Jetzt aber nicht mehr länger überlegen, sondern gleich ans Telefon, gleich bestellen. Sonst sind die Schnäppchen weg, ne? Sonst sind die Schnäppchen weg.